so leute schöner spiegelkarpfen schaut euch den an jetzt ist es ungefähr sechs uhr in der früh und wir werden den burschen jetzt einmal liegen die ganze nacht war nichts ich habe mich dann hingelegt 13 kg also Und jetzt schauen wir uns den Burschen einmal an. Ich zeig euch den. So Leute, wunderschöner Spiegelkarpfen und Fototisch. Ich zeig euch den nochmal. So Leute, jetzt gehts zurück. Desinfiziert haben wir und jetzt lassen wir den Burschen wieder frei. So sein Leben leben. So und jetzt ist es weg. So Leute, der erste Karpfen heute nach dem Aufstehen. Die Sonne geht auf und schöner Spiegelkarpfen. Und jetzt heißt es wieder die Route reinwerfen. Und so kann es jetzt weitergehen.